Jo. So ein Geheimgang, der dann benutzen könnte, als es wirklich so weit kommen sollte. Wollt zu uns ins TS? Also meint er jetzt die, ähm, Ausgeschieden? Ja, meint er. Ja. Ein exklusives Interview. Oh man, oh man, oh man, oh man. Ei, 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 ei. Wir schlagen uns tapfer. Wir hatten Höhen und Tiefen. Oh, das ist immer noch nicht vorbei. Seien jetzt über die zwei Stunden, Anke schon. Boah, ich müsste doch mal langsam oben angekommen sein hier. Bis jemand nicht mehr will. Ich weiß nicht, wir sitzen hier, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Der Öffner mischt es. Wir hatten vorhin, da vorhin eine, einer der hier mitmacht. Ich weiß nicht, ob das Blaster der hat. Oh, da ist schon, hier ist schon Gras. Ich bin jetzt oben. Super geil. Und ich höre hier was planschen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es Nacht ist einfach nur und da ein Skelett planscht. Könnte auch eine Ente sein. Eine Ente. Ente, 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 Ente. Schaut mir meine Jokes. Ich riskiere es mal. Ah, ich habe eine andere Idee. Das ist Tag. Und ich bin im Sumpf rausgekommen. Sumpf? Im Sumpf, ja. Äh, dann weiß ich, glaube ich, wo du, wo du bist. Und ich mache das mal wieder zu. Du dürftest nicht weit vom Dingens weg sein. Da, das ist ein Creeper, der da rum planscht. Ah, das ist doch Nacht. Nee, nee, Tag. Creeper können auch am Tag überleben. Das Problem ist jetzt nur, der verfolgt mich. Während ich hier sneaker. Habe ich irgendwas Wichtiges dabei? Nö. Ich würde sagen, die Rennen weg ist besser, als wenn es vor dir explodiert. Das wäre ein bisschen auffälliger, als nicht zu sneaken. Das ist ein Dschungel. Das Dumme ist, werden wir überhaupt Papier finden, ist halt die Frage, ne? Ob wir überhaupt das finden, das Zeug. Oh, ja. Ich habe auch genug Level. Wie fährst du denn? Eins. Oh, Autos überhört. Also das kommt schon mal nicht in Frage. Das kommt schon mal nicht in Frage, die Richtung. Ich halte mich jetzt sehr am Rand auf. Das Tolle ist, wenn ich jetzt sterbe, dann kriege ich ja wenigstens meine ganze Rüstung. Hier ist ein Crafting Table, okay. Aber der hat ja nichts zu heißen. Hier ist Cobblestone, Moment. Geht da eine Leiter runter? Ne, da hat sich einer hochgebaut, einfach nur. Hätte ich jetzt Trice Minimap, wüsste ich, wo ich langlaufen muss. Dann würde ich mich immer einfach am Wasser halten. Ich schmeiße mal die restlichen Leitern weg. Aber dann nicht unbedingt dahin. Weil, dann kommen die nicht direkt drauf, dass wir halt, uns irgendwo mit Leitern hochgebaut haben. Weißt du, wie ich meine? So, Erdblock drauf und fertig. Aus die Maus. Okay, am Fluss ist schon mal nix. Muss ich doch außen entlang. Hier ist immerhin Sand, aber auch kein Papier. Ach, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Vor allem, wir brauchen ja jetzt, der Server läuft auf was für einer Version eigentlich? Bestimmt 1, 3, 2, ne? So, das heißt, wir brauchen auch eine Kuh. Eine einzige Kuh. Dann müssen wir hoffen, dass die auch auf jeden Fall Leder droppt. Das wird ein Spaß, sag ich dir. Das wird ein Spaß. Wahrscheinlich gibt es hier im ganzen Gebiet keine einzige Kuh und auch kein Zuckerrohr. Und wenn wir eins von beiden haben, fehlt das andere auf jeden Fall. Also auf Bion gibt es, glaube ich, nur viele Schafe, oder? Ach, die war kaputt. Sieht noch voll weiß aus. Da hinten steht noch eine Craftingbox, aber nirgendwo Anzeichen von Zuckerrohr oder Kühen. Ich höre auch keine, weißt du? Das stört mich so ein bisschen, dass wir keine Kühe haben. Weil dann kannst du ja mit, äh, dem Obsidian echt Null anfangen, außer den Obsidian Base zu bauen. Warum willst du eine Obsidian Base bauen? Tja. Dann wäre rather nicht so schnell. LOL, schreibt in den Chat, wer es findet. Nee, dann wissen die ja, wo ich bin. Haben die hier irgendwo eine Truhe versteckt mit tollen Sachen, oder was? Als Kühe da? Weiß nicht. Ja, toll, weißt du? Ich schreibe das garantiert jetzt nicht, ey. Sonst, oh, dann geht's so, die Caro ist bei der und der Koinate. Aber ich bin ja eh nicht, äh, im Sneaken. Was geht hier? Oh, super. Hier bin ich ja raus, als ich die Wolle geholt hab. Da sind Schafe. Wie lustig, ne? Mit den Schildern. Wow, was ist hier los? Ach, du Kacke. Ja, toll, da waren die bestimmt drin, ne? Oh, natürlich. Und haben sich dann quer zu uns neben einfach runterge... Da hinten ist Zuckerrohr. Ich hoffe, das ist nicht out of the world. echt mal. Dam, 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 bitte. Dam, 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 das könnte echt scheiße knapp sein. Dam, dam, dam. Und? Und? Wenn ihr das jetzt out of the world ist, dann kotze ich ins Essen. Aber du hast so, ja. Ja, das ist mir dann egal. Da nehme ich keine Rücksicht. Da kenne ich, da kenne ich keine, keine Gnade. Und wie sieht's aus? Bisse? Habs. Habs. What the fuck, lava! Nein, 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 nein. Ich hab Zuckerrohr. Ja. Ich hab nur keine Ahnung, wo unsere Leiter steht. Oder kannst du dich einfach unter die Leiter stellen, die mir dann nachher die Koordinaten sagen. Ich will erstmal eh Kühe finden. Oder soll ich den Zuckerrohr grad runterschmeißen? Können wir das machen? Sag mir mal, wo ich hin muss. Ich hab keine Ahnung. Hast du nur die Koordinaten, soll ich dem sagen? Ja, von der Leiter. Nach dem Blick. Ich bin fast an der Leiter. Sollte mich mal vielleicht mit meinem Diashwert ausrüsten. Ähm, 509 und 130. 409 und 130, okay. Hast du denn was drüber gebaut? Ja. Das sieht keiner. Weißt du, ich hab keinen Bock mehr auf meinen. Sollen wir einfach unsere Basis verlassen und versuchen zu kämpfen? Hm. Ich hab grad richtig Bock drauf. Ich weiß halt nicht, wie es aussieht. Oder sollen wir... Nee, ich würd sagen... Ich würd sagen... Ähm... Du hast jetzt... Was jetzt? Ich hab davon eine Rüste und ein Diashwert. Und dann werft ihr das Zuckerrohr runter. Und ich entscheide uns gleich schön was. Ja, ich hab doch immer noch keine Probe gefunden. Ach, immer? Oh, scheiße. Hier sind ja überall noch Schafe. Du kannst schon mal runterwerfen. Ja, auf jeden Fall. 400. Ich will gleich unbedingt kämpfen. 9 und... Was war Z? 130. Ach du Kacke, hä? Oh, der Regen ist endlich aus. Ja, das find ich assi. Warum macht der das? Das soll man doch nicht. Meinst du, der hat nicht von alleine aufgehört? Ja, das steht doch... Ich seh's ja im Chat. Ach so. 130 sagst du? Ja, 130. Ich seh dich. Ich seh dich. Wow, das ist ja gar nicht hoch. Ah. Ja, da. Ja, ich guck mich nur gerade um, dass mich keiner sieht. Mal schnell runter. So. Runter damit. Hab ich noch irgendwas Wichtiges? Ja, hier nimm das noch. Jo. Was hat mir gegeben? Na egal. Hund. Böses Hund. Hä? Ich such mal nach Kühn. Warum geht das denn nicht? Ach so, das muss richtige Erde sein. Ach dann. Wenn ich einen finde, töt' ich ihn. Such erstmal Kuh, dann kommst du runter in Enchantment und dann kämpfen wir. Wenn ich keine Kühe finde, sondern spielerlang, töt' ich die. Ja, das natürlich auch. Weil zur Basis zurückführen brauche ich sie auch nicht. Aber ich glaube mit Kühen sieht es echt schlimm aus. Hm, ich überlege gerade, ob wir uns doch nicht vielleicht TNT machen sollten. Oh, meine Katze wirft wieder irgendeinen Krempel um. Ist so, das ist nervvoll. Die schmeißen einfach alles mit. Oh, oh, what the fuck? Was ist denn los? Hab ich mich erschrocken. Das ist, das ist, auf einmal ist ein Zombie hinter mir aufgetaucht. Was ist? Die Hunde greifen ihn an, beißt ihn in einen Eimer und setzen sich hin und machen gar nichts mehr. Nett. Ich hab mich so erschrocken. Du hast sehr gut erzogene Hunde, muss ich schon sagen. Jetzt geht weg. Sehr richtig hilfreich. Scheiße, jetzt ist das ganze Weizen-Ding weg. Diese haben nur noch. Oh nein. Aber jetzt verpisst euch. Mal gucken, was da hinten abgeht. Bei meinem Glück ist aber... Oh, was hab ich denn da gefunden? Da leuchtet was. Vielleicht kann ich ja jemanden überraschen. Das wär super geil. Oh, End of the World. Äh, wo hat's geleuchtet? Da hat's geleuchtet. Ich sneak mal... Ich lauf mal dran vorbei. Dann geh ich in Sneaken und dann geh ich direkt drauf zu. Dann können die mich mal kennenlernen hier. Geh weg und... Dann können die mich echt mal kennenlernen. Gelbe Blumen mit Schnee-Biomen, oh man. Ich sneak auf Eis. Ist das nicht cool? Ja. Geh die Maus zu machen. Zur Not müssen wir halt ohne Enchanting, ne? Ich würd's auch schon bevorzugen. Also, ich mein, ich hab so viele Level. Jetzt. Jaja, glaub ich dir. Dass wir das schon mitmachen sollten, aber... Ich find halt bei... Beidem keine Kühe. Das kann ja nicht wahr sein. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen... Mining-Gang. Der nirgendwo hinführt. Ja, der führt ja nirgends hin, ne? Das ist ja sehr seltsam. Vielleicht ist es einfach so, so ein... Alle... Vielleicht wollten die einfach nur ganz am Anfang kurz Kohle haben, oder so. Hier ist Erde. Soll jetzt wachsen. Verdammt, der Haki. Nee, hier ist niemand drin, ne? Hier ist schon mal niemand drin. Das war irgendwie nur... Aber wir brauchten nur eine fucking Kuh, ey. Trolling. Den durch Zufall irgendwas anderes mal Leder droppen könnte, ne? Dann wär das schon echt nice. Was ist hier? Oha, aua. Skelette. Die sich gegenseitig töten. I like. Hühnchen. Au, scheiß Skelett. Warum wächst das nicht? Ich hab zwei Knochen, die kann ich gleich bringen. Das ist ein Kürbis. Wieso hab ich das nicht aufgenommen? Wo ist der Zombie? Oh, da. Da ist der Zombie. Oder ein NPC-Dorf, in dem Bücherregal steht. Das wär's jetzt. Oh, das wär mega geil. Das wär extrem geil. Na toll, ich wurde vergiftet, weil ich... Weil ich roß Fleisch gegessen habe. Hühnchenfleisch. Ja. Oh, Mann. Das war wohl, äh... Nicht verbiot. Wachs endlich. Wachs doch. Scheiß, Zucker. Ah, out of the world. Ah, ich könnte durchstellen. Ich will endlich stempen. Ja, das ist ein natürlicher unterirdischer See. Da ist ein Ei. So, ich hab jetzt ein Ei. Und mit diesem ein Ei fühl ich mich jetzt stark. Um zu kämpfen. eigentlich was zu essen gefunden wie schweinen oder so ich hab zwei hühnchen stücker noch naja ich hab schon seit ewigkeit nichts mehr gegessen ich finde bei gottes willen um gottes willen wirklich keine einzige kuh das späne ha nothing of interest würde jetzt die prospectors pics sagen